Musik Warte mal, das sieht fast so aus. Ja guck mal, das können doch die Rott auch bestimmt auf Seite schieben, oder? Warte mal. Aber ich kann das nicht von der Seite. Haben wir hier was auf dem Boden gemalt? Oh. Warte mal, kann ich das da hinstellen? Oh. Was ist das hier? Oh, das Geisterpost gefunden hat. Oh, eine Karte. Okidoki. Auf der Karte markiert, ja? Geisterpostlieferung. Da, kann ich mir das, ähm, markieren? Nein. Okay. Oh, warte mal. Ist das genau hier? Ah, nee. Ah, oh, oh. Müssen wir in seinen Garten nur noch hier von... Dein Garten von dem Ungeziefer hier befreien, wa? Ah, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, was ist das für ein süßes Vieh? Bin ich da durch? Nein. Ja, da, 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 da. Und das muss ich, aber es ist etwas zu tun. Ja, dann würde ich ein bisschen wieder auf den Ballen heißen. Also, das ist ein bisschen mehr. Ja, da, 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 da. Ja, da, 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 da. Ja, da, 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 da. Ja, da, 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 da. Ich habe noch einen kleinen Szenario gesehen. Es ging durch hier, aber wir können nicht überraschend werden. Es gibt mehr dieser Nacisip-Blocken-Packen. Kannst du es richtig machen? Ups, jetzt habe ich ein Kündchen zu früh gedrückt. Ich habe ein Kündchen zu früh gedrückt. Ich habe ein Kündchen zu früh gedrückt. Die ursprüngliche Form der Rotte, also weil die so aussehen wie ein Transformer. Deren Augen sind ja mal creepy. Warte mal, kann ich mit denen? Könnt ihr das nur einmal oder könnt ihr das mehrmals? Oha, die Steuerung ist ein bisschen gewandert. Warte mal, ich habe eine Idee. I got the idea. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Ich habe das so ein Ding gesehen. Ist das nicht auch so einer? Da sage ich doch nicht nein. Warte mal, soll ich jetzt eine Upgrade kaufen? Ja. Das macht auf jeden Fall gut Bums. Ich liebe es. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht bis dahin, oder? Das war doch hier irgendwo. So. Weißt du, wir schaffen das bis dahin? Das ist ja schon echt ein Stück, ne? Wollen wir mal ausprobieren. Also bis hierhin war easy. Oh, wenn ich loslaufe, dann zerspringt der. Oh, ich glaube, das schaffen wir nicht. Oder? Oh, ich glaube, das schaffen wir nicht. Oh, ich glaube, das ist auch nicht vorgesehen, dass wir, ne, das ist ja... Okay, das ist nur ein Stein. Oh, wir könnten das kaputt machen, oder? Ja, aber da sind auch Steine hinter. Oh, da ist noch so eine Pflanze da. Wollen wir so nicht rein, ne? Oh, das ist jetzt? Oh, wir können die Zukunft hierher. Oh, wir können das Club rein. Oh, ich glaube, das sind ja immer wieder. Oh, wir können das Chartmele, das ist ja immer wieder. Oh, ich bin das hierher. Oh, das ist ja... Oh, ich bin das hier. Ah, das Ding hat sich resettet, okay. Oh! Oh! Over here, Keina! There's something in the ground. I bet a forest here can grow here! There must be something nearby. Guck, hier ist auch so ne Pflanze. Ist das was da dran, oder nicht? Okay, also... Ah, da hatte ich also doch recht. Und dann, äh, können wir da hinten im Dorf die Pflanze auch machen, mit dem Ding. Oh, oh, oh. Ah, das ist so. Ah! Soll das was die Pflanzeか? Boah, die Steuerung, die Steuerung ist schon dezent mies. Die Steuerung, die Steuerung, die Steuerung. Das ist ein Teleporter, oder was? Ah ja, okay, cool. Warte mal, Moody, Moody regelt. Warte mal, Moody. Warte mal, Moody. Warte mal, Moody. Oha, oha. Jetzt wird's knapp. Warte mal, wo steht das? Was? Was war das für ein Bitch-Move von dir, buddy? Das war nicht fair. Was war das für ein Bitch-Move von dir? Was? 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 Wie did'se, Buddy? schon nicht wiederzusehen ich glaube da geht es weiter? dann können wir da unten mal die Tür aufmachen was heißt die Tür aufmachen? wird gestrippt da weg könnte besser sein sind ja sind ja auch actually schwere Zeiten auf jeden fall oh Schleifchen wir müssen zum Hutwagen wir müssen aus einem roten Schleifchen verpassen um 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 Untertitelung des ZDF, 2020